Viele Menschen klagen über schlechten Schlaf oder über dauerhafte Erschöpfung, obwohl sie viel schlafen. So stellt sich doch die Frage, was raubt unsere kostbare Lebensenergie, ohne dass wir es bewusst merken? Die Gründe hierfür können viele sein. Doch bevor wir sie benennen, halten wir fest. Der Mensch ist ein hochentwickeltes kosmisches Wesen. Und wenn wir, so unsere Gäste, wieder lernen, bewusst wahrzunehmen, sind wir selbst das perfekte Messinstrument für bestimmte Energien. Schlafen wie im Kraftfeld, jetzt bei Welt im Wandel TV. Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen Walter Rieske und Jörg Rasch. Hallo. Schön, dass ihr beide da seid. Hallo Peggy. Für die Zuschauer, die dich noch nicht kennen. Du bist sozusagen Entwickler der Genesis Pro Live Technologie. Ja. Langsam habe ich es drauf. Wir hatten ja schon mehrere Dates und ich freue mich immer wieder, dass du da bist. Und heute hast du uns jemanden mitgebracht, den Jörg. Du bist Heilpraktiker, Handleser, Routengänger. Was noch? Ja, also Berufsbezeichnung ist Heilpraktiker für Psychotherapie mit eigener Praxis, die ich auch schon seit Jahren betreibe. Meine Profession ist aber das Handlesen. Und in der Richtung habe ich da auch sehr viel Wissen angeeignet bzw. auch sehr viel Erfahrung, weil ich das auch schon ein paar Jahre mache. Und es ist halt eine Erfahrungssache, wie ich mit den Menschen dann umgehe. Und diese Erfahrung nehme ich bei jedem dann mit und ich gebe sie dann in meine Praxis mit rein. Aber auch wenn ich jetzt unterwegs bin, jetzt wie in den Interview, ja, ich habe schon deine Hände auch betrachtet, ja, aus dem Blickwinkel heraus. Und ich bekomme dann viele Sachen schon aus diesem Erfahrungsschatz mit, wo andere erst mal ein Buch nachschauen müssen, um diese Erfahrung dann in die Praxis umzusetzen. Also nimmst du energetisch wahr, kann man das so sagen? Ich nehme energetisch wahr und so wie ich das auch bei den Händen jetzt tue, mache ich das auch in Räumen. Es gibt verschiedene Hilfsmittel, die man dann nehmen kann, aber ich nehme auch so energetisch wahr, wo ich einen Raum betrete und weiß auch, hier stimmt irgendwas nicht oder hier ist alles stimmig. Toll. Man kann das mit verschiedenen Hilfsmitteln machen. Da gibt es das Pendel, den Tensor oder auch die Winkelroute, wo man dann Räume ausmessen kann, wo man Landschaften ausmessen kann, wo man verschiedene Punkte dann auch bekommt und Rückmeldungen bekommt zu den Punkten. Und wenn ich fragen darf, wie seid ihr beide zusammengeführt worden vom Schicksal? Weil du bist ja auch immer wieder unterwegs mit so vielen tollen Menschen und bist natürlich auch immer wieder daran interessiert, dass deine Produkte adjustiert werden, dass du guckst, wo stehen wir denn, wo ist unser Wohlbefinden? Dass du immer wieder auch schaust, entsprechend der äußeren Veränderungen, wie wir mitwachsen können oder uns verändern können. Ja, also den Jörg habe ich vor 15 Jahren etwa kennengelernt. Das war mein Leben vor Genesis ProLive. Ach, da gab es ein Leben davor. Da gab es schon ein Leben davor. Und da hatte ich ein großes Gesundheitsnetzwerk und der Jörg war auch ein Partner in meiner Gruppe quasi. Und ja, wir haben darüber halt oder danach eben immer wieder Kontakt gehabt, auch mal mit Pausen dazwischen. Und der Jörg kann ganz fantastisch radioästhetisch austesten. Und das ist für mich sehr, sehr wertvoll, auch für Genesis ProLive, weil ich diese radioästhetischen Testungen nicht selbst machen möchte. Warum nicht? Und das nutze ich Jörg gerne als energetisches Controlling. Wenn ich also, ich sage mal, Inputseingebungen habe, die Idee habe, ich möchte etwas integrieren, dann kann ich ihn fragen, ja, was für einen Zuwachs gibt das? Und wenn es null wäre, dann bräuchte ich es nicht tun. Also um wie viel Prozent verbessert sich die Leistungsfähigkeit oder macht es Sinn, das zu integrieren? Oder wir haben dieses Jahr einige Veränderungen gehabt bei uns. Und das hat ein bisschen dazu geführt, dass wir auch ein paar Angriffe hatten, also ein paar energetische, bremsende Auswirkungen von außen. Wie haben sich die bemerkbar gemacht? Naja, ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie stimmt was nicht. Irgendwie ist etwas nicht so im Fluss. Und dann habe ich den Jörg eben gebeten, da mal rein zu testen. Und er hat es dann auch schnell genauso identifizieren können. Wir haben es ganz schnell beheben können und diese Tür auch zumachen können. Oder wir haben, ich habe Inputs gehabt zur Leistungsanhebung der Technologie, weil der Wind wird stärker, Pippi Langstrumpf sagt, Pippi auch. Und wir haben im Moment doch ziemliche Turbulenzen. Und da habe ich gedacht, irgendwie, vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, einen Schlüssel, dass wir das Ganze noch intensiver hinbekommen. Und der Schlüssel war in der Grafik. Die Grafik ist das Symbol deiner Produkte. Es ist ja immer dasselbe. Das Grundsymbol ist ja immer das Gleiche. Also es sind immer die Unendlichkeitszeichen. Und wir haben ja vier Kreise oder zwei Achten, sage ich jetzt mal, ganz lax. Und in den Kreisen sind achtmal die Acht und viermal die Acht enthalten. Diese kleinen bunten Punkte. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich das jetzt um 90 Grad drehe und nochmal da drauflege, dann habe ich an jeder Stelle viermal und achtmal die Acht. Dann habe ich gesagt, Jörg, diesen Input habe ich bekommen. Teste doch mal, was für einen Zuwachs gibt es. Gibt es einen ordentlichen Zuwachs? Und das erstaunliche Ergebnis war, es verdoppelt die Leistungsfähigkeit. Also Zuwachs an, um genau zu sagen, was für eine, die sind das die Bovis-Einheiten? Oder wie nennt man das? Die Energie, Lebensenergie, die Kraft, die Schwingung? Also die Effizienz, insgesamt die Leistungsfähigkeit der Technologie hat sich dadurch verdoppelt. Jetzt geht es mir immer darum, viele Menschen haben uns schon vertraut und haben die Produkte. Wenn ich diese Verdopplung in das Feld hineingebe, wie groß ist die Referenzmenge, damit sich diese Leistungsverdopplung sanft auf alle Produkte überträgt? Also auch auf die, die schon drei Jahre auf dem Handy kleben. Ohne dass das Produkt sich ändern muss. Genau. Und die Referenzzahlen, ich habe sie nicht präzise im Gedächtnis. Allerdings lag das so um 50 Einheiten, die ich sehr schnell dann auch integriert habe in verschiedenen Bereichen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn wir jetzt eine Verdopplung haben, wenn ich das Ganze nochmal um 45 Grad drehe, also dass wir dann dieses Kreuz um 45 Grad gedreht, genauso nochmal da drauf liegen haben. Und dann kam eine Vervierfachung, ergibt das. Verdopplung mal vier, sind wir schon bei einer Verachtfachung. Referenzmenge auch um 50, 60 Einheiten habe ich sofort integriert. Ist ja eine Drehbewegung eigentlich. Ja. So nehme ich es wahr. Es ist wie eine dauerhafte, ewige Drehbewegung. Genau, ist so. Wie ein Tempo. Also es ist tatsächlich so, es ist eine Dynamik auch in der Symbolik drin. Also schon von Anfang an, aber das hast du auch. Ich nehme das wahr wie so ein Propeller, so ein Motor, der auf einmal vibriert. Und wie gesagt, das war dann eine Vervierfachung. Also hier merke ich es. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt diese vier Achten nochmal um 22,5, also die Hälfte von 45 Grad drehe, dann haben wir achtmal die Unendlichkeit und dann aber auch diese kleinen in den Flügeln drin die Zeichen. Und das war dann tatsächlich nochmal eine Vervierfachung. Zwei mal vier sind acht, mal vier sind wir schon beim 32-Fahren. Und dann habe ich gedacht, okay, bei diesen Inlays, das will ich jetzt abkürzen, also diese kleinen Kreise innen drin, gibt es auch noch die Möglichkeit, weil im Generator drin sind davon drei Ebenen. Einmal A1, Engelsebene, A2, Ebene der aufgestiegenen Meister und Erzengel-Ebene, A3, Quellexistenzebene. Und wenn ich diese Inlays auch nochmal durch diese verschiedenen Stufen bringe und dann kam nochmal eine Verachtfachung. 32 mal acht, also 256-fach wäre das dann. Weißt du, was gerade krass ist, während du das erzählst? Ich weiß nicht, warum das in mir passiert. Pass auf, das ist so krass. In mir beginnt eine Beschleunigung, nur weil ich da drauf gucke und du redest darüber. Ja, super. Ich habe wie eine ganz krasse Aufregung in mir. Ich weiß ja nicht, wieso das gerade passiert, aber während du das gerade erzählst, habe ich einen Beschleuniger in mir. Ja, du hast dich jetzt abgedatet auf die... Kann das sein, weil ich da drauf gucke und das wahrnehme? Das allein reicht gerade? Es ist sehr kraftvoll, wenn du mir da aufschaust. Boah, ich merke das wirklich. Ja, so fühle ich gerade. Also in der Mitte gibt es einen Punkt, als ich das Symbol erhalten habe, die Gekreuzungendlichkeit, da habe ich mit dem Punkt angefangen und das dann um den Punkt rum gemalt. Und dieser Punkt bedeutet, Gott ist da. Und wenn du hier drauf schaust, auf das Zentrum, da ist so ein weißer Farbverlauf. Das hat eine sehr kraftvolle Wirkung. Es ist wie ein Lichtstrahl, der hier auch rauskommt. Ja, weiter im Text. Ja, aber das ist energetisch spannend, was hier gerade passiert ist für mich jetzt als Erfahrung. Ja, schön. Also wir haben darüber dann eine ganz kraftvolle Leistungsanhebung bekommen, die er über das energetische Controlling mir beziffert hat, sozusagen auch. Also ich hatte die Idee, okay, das wird eine Leistungssteigerung, eine erhebliche Leistungssteigerung bringen. Und der nächste Schritt wurde mir dann praktisch eingegeben. Und der nächste Schritt, und er hat es eben präzisiert, hat eben gesagt, okay, eine Verdopplung, dann nochmal eine Vervierfachung, nochmal eine Vervierfachung. Und das gibt nochmal eine Verachtfachung. Warum wird dir, wenn diese Eingebungen kommen, erst nach und nach diese Impulse gegeben, dass dieses, also ich dachte immer, dieses Symbol ist immer und ewig dasselbe, das ist jetzt ewig schwingend gleich. Wieso wird es immer wieder verändert oder angehoben durch diese Impulse, die du bekommst, wo du sagst, hier müssen wir was machen, weil die Qualität der Zeit jetzt eine andere ist? Hier können wir etwas machen und alles kommt zur rechten Zeit, weil es an der Reihe ist, ist es gekommen. Darf ich fragen, Jörg, was du wahrgenommen hast, also bevor, das Produkt vorher und als dann Walter sagte, guck mal, wenn wir das jetzt hier so machen, beschreib mal, was da in deinem inneren System abgeht. Also ich trage das Amulett auch schon seit fünf, sechs Jahren, ja. Also so lange habe ich das schon, also seit Anfang an. Und dadurch, dass ich auch viele Messen mache, habe ich vieles getestet und wusste halt von Anfang an, das ist das, was ich nicht mehr abnehme. Und ich schlafe auch damit, ja, also die Energie, die ist ständig da und die aktiviert mich immer wieder von Neuen. Da ich auch mit vielen Menschen zu tun habe, du weißt das sicher auch, da zieht es dir auch die Energie runter. Da gibt es die Energieräuber, die dir die Energie ziehen und das Amulett hat dafür gesorgt, dass ich gleichbleibend die Energie halten kann, neben dem, was ich noch mental mache, aber auch das Amulett. Und jetzt, nachdem diese Vierfachung, Verachtfachung, Verdoppelung angefangen, stattgefunden hat, habe ich halt gemerkt, es stabilisiert mich immer mehr. Ja, die Zeit ist halt auch sehr sturmreich. Und durch die Stürme zu kommen, ist diese Stabilität halt sehr wichtig. Was hat denn der Walter gemeint mit Angriff? Was hast denn du da wahrgenommen? Also ich finde da immer ein bisschen, ich bin ja nicht so ein Angstschürer, so Angriff klingt immer so. Aber was ist damit gemeint mit Angriff? Gut, Angriff hat auch immer was mit dir selber zu tun. Der eine, der angreift und der andere, der angegriffen wird. Genau. Und Walter hat halt etwas entwickelt, was auf dem Markt einzigartig ist. Und hat wahrscheinlich dann auch den ein oder anderen Mitbewerber auf dem Markt aktiviert, der dann von außen etwas gesetzt hat. Und es gibt ja viele Dinge, du kannst mental setzen oder auch energetisch setzen. Durch Resonanzgeräte kannst du schon Adresse und Fotos machen. Durch Resonanz, ja, durch die karmischen Gesetze, Anziehung, ja. Und die Angriffe haben sich dann angefühlt wie, irgendwas ist nicht stimmig. Ja, das habe ich dann über POVIS-Einheiten getestet. Also da hat es von der hohen Schwingung, ist da eine niedrige, etwas niedrige Schwingung dann zustande gekommen. Und wir haben das dann wieder ausgeglichen. Bei wie vielen ist denn ein gesunder Mensch, wie kann man sagen, das Höchste? Ein gesunder Mensch sollte zwischen 6.000 und 8.000 POVIS-Einheiten halten. Und da war Energie im Keller? Da war die Energie weiter unten gewesen. Schon wenn du das Amulett umtust, hebt es die Energie. Aber wenn Angriffe von außen kommen, wie er das auch so in seiner Mitteilung jetzt geäußert hat, dann sind natürlich die Menschen dann auch im Energiepotenzial nicht... Ich dachte immer, das ist unantastbar. Peggy, es ist auch so, dass es weit über die 8.000 noch gegangen ist. Also auch als es gebremst war von außen, ist es weit, weit darüber gewesen. Nur ich habe wahrgenommen, es schwingt nicht frei. Irgendwas muss da sein. Und wie gesagt, wir haben es identifiziert, behoben und die Tür auch zugemacht. Kann man das so vergleichen wie im Zwischenmenschlichen? Ich verändere mich gerade, habe zum Beispiel eine tiefe Emotion oder irgendwas gelöst, werde leichter und freier. Und mein Sohn oder mein Ehemann werden auf einmal so, als würden sie sich dir einen Weg stellen. Also egal, was du sagst, sie blockieren irgendwie. Oder das liegt aber nicht, dass sie das bewusst machen. Liegt nicht an ihnen, sondern irgendetwas in ihrem Energiefeld lässt sich nicht anheben. Und dadurch ziehen sie unbewusst das runter oder das Stänkern mit dir oder wie auch immer. Kann man das so vergleichen, dass das durch diese hohe Frequenz... Also ein bisschen in die Richtung geht es, aber ich denke, wir müssen es nicht überdramatisieren. Es ist relativ schnell, ich habe es relativ schnell gespürt und wir haben es dann sofort beheben können. Wie gesagt, im Alltäglichen schätze ich Jörg ganz enorm dafür, dass er dieses energetische Controlling macht. Er guckt praktisch aus seinem Blickwinkel da drauf und ich habe Fragestellungen entwickelt, die wir auch immer wieder durchgehen. Zum Beispiel, wie viel Prozent haben wir jetzt in puncto Lichtunterstützung für Weltfrieden oder für Erteilung? Um da mal etwas Positives zu sagen, wir alle, liebe Zuschauer, liebe Anwender von Genesis ProLive, haben erreicht, dass wir im Bereich Weltfrieden schon bei ungefähr 150 Prozent liegen. Ab 108 Prozent beginnt die göttliche Ebene, also 100 Prozent geht schon Richtung Vollkommenheit, mathematisch 100 Prozent. Das ist alles, nein, es ist nicht alles. Wir testen nach oben offen und über 108 Prozent, man kann es auch simpler ausdrücken, haben wir eben immer mehr Reserven, Leistungsreserven, Stabilisierungsreserven. Und im Bereich Weltfrieden und auch Erdheilung haben wir eine Unterstützung, die jetzt schon bei um die 150 Prozent liegt. Alles, was wir jetzt noch gemeinsam und der Dank geht eben an alle Anwender natürlich auch, weil es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Je mehr Verbreitung wir haben, desto mehr Stabilisierung. Jedes Produkt ist miteinander verbunden, ist mit der Quelle verbunden, mit der Erde verbunden und es stabilisiert sich einfach immer mehr. Ich hätte es allein so gar nicht schaffen können, aber weil wir einige tausend Generatoren im Umlauf haben, in der Anwendung haben, viele tausend Amulette und Handyships, haben wir auf der Erde schon so ein feinmaschiges Energiefeld erzeugen können, also vor allem im deutschsprachigen Raum. Wobei es sich aber um die Erde rum schon auch koppelt, dass es einfach immer mehr Stabilisierung gibt. Und trotz der Turbulenzen im Außen sind wir energetisch auf der Zielgeraden. Das heißt, es ist im Feld schon längst da und gehalten. Das heißt, wir müssen gar nicht in die Angst fallen, laut deiner Worte. Aber wenn ich Genesis Pro Life jetzt trage als Beispiel, bin ich dann auch bewusster im Wahrnehmen in dem Moment und kann ja auch Störfelder schneller wahrnehmen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Genesis Pro Life trage und jetzt kommen wir mal wieder zum Schlafthema, das ist eigentlich das eigentliche Thema, weil über Schlaf regenerieren wir ja auch. Und über Schlaf ziehen wir ganz viele Kräfte und verarbeiten die Dinge, um dann am nächsten Tag wieder unser Potenzial zu leben. Zwei Antworten dazu. Zum einen, Genesis Pro Life hat in der Programmierung oder im Feld mit drin die Förderung der Entwicklung deiner normalen wie auch deiner paranormalen Fähigkeiten. Also du bist, du hast himmlischen Rückenwind, um dein volles Potenzial auch entwickeln zu können und Störfaktoren wie die vielfältigen elektromagnetischen Felder, Energiefelder unseres täglichen Lebens, Handystrahlung, WLAN-Strahlung, Strahlung von Mobilfunksendern, Hochspannungsleitungen, Stromnetz im Haus. Auch Schadstoffe, Schwermetalle, alles, egal was es ist. Alles. Diese ganzen Dinge, die uns blockieren, werden im Grunde genommen transformiert. Also sämtliche technischen Strahlungsfelder werden nicht nur neutralisiert, sondern sie werden so mit Heilinformationen angereichert, dass sich die Qualität der Strahlung verändert. Damit meine ich die Auswirkungen auf biologische Systeme, auf Menschen, Tiere und auch auf Pflanzen. Diese Felder werden von stresserzeugenden, chaotischen Feldern, mit denen wir nichts anfangen können. Stress, der auch unsere Schlafqualität reduziert, denn der Mobilfunksender, der strahlt rund um die Uhr, der sagt nicht, oh 22 Uhr, Peggy möchte schlafen gehen, jetzt mache ich mal aus. Sondern das ist, wie wenn du unter der Dusche stehst und es kommt Wasser von mir aus in Form von feinsten Hagelkörnchen. Du kannst nicht entweichen, aber es ist unangenehm, aber du kannst dem nicht entweichen. Und wir machen daraus eben eine weiche, wohlige Heilwasserqualität. Also wenn man es jetzt auf die Dusche beziehen will. Und so machen wir es mit den Energiefeldern. Du liegst im Bett, der Mobilfunksender, auch der 5G-Sender strahlt weiter. Allerdings kann dein Energiesystem jetzt damit etwas anfangen. Es wird biokompatible, wohltuende, kräftigende Energie, die um dich herum ist. Und deshalb eben auch Schlafen im Kraftfeld. Da hätte ich jetzt eine Frage. Es gibt ja auch Wasseradern und das, worüber ich jetzt gerne auch in der Tiefe, ist ja nicht nur Handlesen hier, sind ja auch Adern in Mutter Erde, wenn man es mal so sieht. Ich glaube, da gibt es sogar eine Verbindung, eine rein energetische. Also oder, kann man das so sagen, dass die Wasseradern wie Blutbahnen, das ist ja auch wie so eine Art Lebenslinie für die Erde. Ja, die Erde ist nun ein Wasserplanet, ja, und besteht so ein Großteil, die Oberfläche zumindest, aus Wasser. Und der Mensch besteht ja auch so ein Großteil, um die 70 Prozent aus Wasser, ja. Und so kann man die Verbindung auch herstellen. Und deshalb reagiert der Mensch auch auf Wasseradern, ja. So wie wir auch auf den Mond reagieren oder auf andere Sachen, auf die Wetterfühligkeit zum Beispiel, aufs Wetter wird reagiert. Und auf die Wasseradern natürlich auch. Aber gibt es da so viele Wasseradern, weil das immer wieder... Ja, es gibt unterirdische Wasserflüsse, ja, die in einer gewissen Tiefe sind, aber die in der Oberfläche nicht zu sehen sind. Und die kann man halt in der Tiefe auch spüren. Die kann man halt durch die Winkelrouten oder durch Tensor oder Pendel halt herausfinden, ja. So wird in der Wüste zum Beispiel auch Wasser gefunden, ja. Man kann es an der Oberfläche nicht sehen, aber unterirdisch fließt das Wasser. Ja, und der Mensch, der reagiert dann da drauf. Und wenn dieser Mensch dann auf so einer Wasseradern schläft, dann macht das was mit ihm. Darf ich fragen kurz, was dazwischen linksdrehend, rechtsdrehend, gibt es da irgendwie einen Unterschied? Ich habe das irgendwann mal gelesen. Ja, es gibt linksdrehend und rechtsdrehend. Links wäre dann das Einführen und rechtsdrehend ist das Ausführen. Aha. Das kann man zum Beispiel auch in den Händen machen. Wenn ich was einführen will, drehe ich nach links. Wenn ich was rausnehmen will, drehe ich nach rechts. Also da kann ich die Energie rein und rausziehen. Gleichzeitig. Es gibt eine Technologie, die heißt Palmtherapie und da wird das so gemacht. Wow. Bei den Wasseradern ist es so, wenn die linksdrehend sind, dann liegst du in deinem Bett und willst ja regenerieren und auftanken. Die Energie wird allerdings, deine Energie wird rausgezogen. Und wenn sie rechtsdrehend ist, könnte man sagen, die Wasserader hat so viel Heilinformation, dass sie der Energie zuführt. Das ist in dem Bereich und der Punkt ist einfach, ich sage mal vor vielleicht 150, 200 Jahren, da hat jeder Baumeister gewusst, dass man nach Wasseradern schaut. Wenn man das Grundstück, wenn man ein Haus bauen möchte, dann wurde auf keinen Fall ein Schlafplatz über einer Wasserader gebaut. Heute gibt es Katasterämter, dein Bauplatz, ja, wir haben einen Bauplatz neben dem anderen und das Haus wird in Flucht gebaut. Also praktisch in einer Linie, üblicherweise stehen deine Häuser. Checkt das heute keiner mehr in der Großstadt irgendwo? Und wenn du eine Wasserader unter deinem Schlafplatz hast, dann ist das ja schon ziemlich übel. Aber die Firma, die dein Haus baut, die kümmert sich nicht darum und das Katasteramt auch nicht. Spät das eine Rolle, ob das jetzt fünfte Etage ist oder erste? Nein, das geht durch die ganzen Etagen durch, so wie die Energie von Genesis auch durch die ganzen Etagen durchgeht. Also wenn du in den Keller jetzt einen Generator installierst, wie ich das auch in unserem Haus installiert habe, geht das durch die ganzen Etagen bis zum Dach durch. Also du hast ja vorhin gesagt, dass wir hier auch für die Erde viel tun. In dem Moment entstört, kann man das sagen, entstört ihr oder harmonisiert ihr dann in irgendeiner Form diese Wasseradern? Die bleiben ja dann, ihr macht die ja nicht weg und die Leute ziehen da auch nicht aus. Das heißt, was passiert da energetisch jetzt? Ja, der Generator koppelt sich mit den Energien der Wasserader oder Bankergitternetzpunkten oder Curry- oder Hartmann-Gitternetz. Das sind energetische Netze von Mutter Erde, Energienetze von Mutter Erde. Und wenn du auf einem Bankergitternetzpunkt, wo du sich das kreuzt, schläfst, hat das eine ähnliche Auswirkung wie eine Wasserader. Es saugt dir richtig Energie ab. Genesis ProLive, der Generator für das ganze Haus, koppelt sich mit diesem energetischen System, unter anderem auch damit eben, und bringt die Heilinformationen dadurch auch diese Lichtenergie mit in das Energiesystem, was für dich förderlich ist. Du schläfst wie in einem Kraftfeld. Und für Mutter Erde ist es auch förderlich, weil die ganzen Lichtenergien eingespeist werden in das Energiesystem von Mutter Erde. Ob es jetzt die Wasserader ist oder ein Gitternetz. Was aber viele nicht wissen, dass die ziemlich nah aneinander liegen teilweise. Ja, ja. Drei Meter oder drei Meter, ist ja nicht weit, ne? Das ist ja echt. Die Gitternetze, die liegen teilweise zweieinhalb bis dreieinhalb Meter. Das sind Curry- und Hartmann-Gitter oder zehn Meter Benga-Gitter auseinander. Und da ist es wichtig, die genau auszumessen, wo dann Punkte sind, Kreuzungspunkte. Da sollte zumindest nicht der Kopf oder das Herz liegen. Sind das kosmische Strahlungen oder was sind das genau? Ja, das ist Erdstrahlung, die auch messbar ist. Ja, ich fühle halt die Strahlung, aber es gibt auch Messgeräte, wo man das richtig messen kann. Dann gibt es auch noch das Thema Lehl-Lines. Früher hat man das Drachenlinien genannt. Also das geht über den ganzen Erdball. Aber die Lehl-Lines sind doch die, die sind doch gut. Ja, die wurden aber in manchen Zeiten auch negativ belastet, die Lehl-Lines. Und haben natürlich völlig für das ganze Gegenteil gesorgt. Im Grunde genommen sind die positiv. Aber die Lehl-Lines steht auch in Kontakt mit anderen, die mit Geomantie zu tun haben. Oder auch mit Feng Shui, die wurden teilweise auch negativ belastet. Zum Beispiel im Dritten Reich hat man das so gemacht. Und die wieder zu harmonisieren, dafür ist die Technologie von Genesis Pro Life halt sehr gut. Es gibt viele gedeckelte Plätze und da kann man jetzt... Aber versuchen das nicht viele? Also wie du gerade sagst, wie viele versuchen denn diese Felder überhaupt in irgendeiner Form zu... Wie nennt man das? Zu bestrahlen? Oder zu besteuern? Oder zu verändern? Was wir machen? Es erfolgt eine Lichtdurchflutung dieser Bahnen, dieser Lehl-Lines oder auch der Erdgitter, Hartmann-Curry-Bänker-Gitternetze. Und diese Lichtdurchflutung ist so kraftvoll, dass die gedeckelten Bereiche oder blockierten Bereiche ja aufgelöst werden. Und in dem Moment werden die ganzen Bahnen eben Lichtdurchflutet. Und wir lassen aktuell 2000 Bäume in Paraguay pflanzen von SOS Forest und lassen auf die Gitternetzpunkte... Ich habe den 144 Münzen, also das Amulett, also ich habe hier glaube ich eine liegen, ja. Da werden unter Bäume, die genau auf einem Gitternetzpunkt gepflanzt werden, wird erst eine Münze hineingetan, sodass die Lichtenergie in den Baum hineingeht. Der Baum verwurzelt sich mit Mutter Erde, hat also eine tolle Erdung. Bäume sind meditierende Riesen sozusagen. Und die Wurzeln verbinden sich mit dem Mykorrhiza-Pilzgeflecht, hatten wir auch schon mal angesprochen, glaube ich. Es gibt über 30 verschiedene Mykorrhiza-Arten und dieses Mycel, also dieses Pilzgeflecht, ist wie so ein Teppich um die Erde rum. Und durch diese Verbindung mit den Baumwurzeln, der Baum liefert Stärke, das Pilzgeflecht hilft dem Baum, Wasser und Mineralien aufzunehmen. Es gibt eine Synergie und diese Lichtenergie geht auch in das Pilzgeflecht, in diesen Teppich, der um die Erde rum geht. Und darüber erreichen wir eine weltweite, enorme Unterstützung des Energiesystems von Mutter Erde, was uns wiederum zugute kommt, weil die Schwingungsanhebung, die wir sowieso haben, sich immer mehr beschleunigen kann, weil alles immer freier wird. Bei wie vielen BOVI-Einheiten liegt das? Kann man das so sagen? In dem Moment, dieses Schwingungsfeld der Erde? Im gesunden Zustand? Also das ist astronomisch gut schon. Das tendiert dann, man kann ja jetzt keine Zahl angeben, aber es hebt sich immer weiter an. Ja, und Genesis ProLive schwingt eben auf unendlich. Es ist völlig frei schwingend. Die Schwingung hebt sich immer mehr an. Also wenn du das Amulett ummachst, dann ist es nicht, schwingt auf unendlich und für dich ist es wie ein Kurzschluss oder irgendwas. Du wärst überfordert. Weiß nie. Nein, entschuldige. Mit wem? Allgemein. Bei mir weiß ich nicht. Bei dir. Ich hatte Stromschlag. Allgemein. Stark Stromleitung. Ich bin einiges gewohnt. Ja, also das startet im Grunde genommen bei deinem Status. Ja, genau. Und heb dich dann sanft immer mehr an. Am Anfang kannst du ein bisschen rütteln. Erstreaktionen wie in der Homöopathie. Wenn solche Reaktionen kommen, ist das positiv, weil das ist einfach ein Zeichen dafür, dass es arbeitet, dass es dir hilft, Dinge zu lösen. Es kann Entgiftung sein, es können Blockaden sein, es können traumatische Dinge sein, die an die Oberfläche kommen. Und es hilft dir, dein energetisches System zu regenerieren und zu reparieren, sodass du selbst in der Lage bist, immer mehr Lebendigkeit in dir zu manifestieren, immer höhere Schwingung. Also wir hatten vorhin ja gesagt, 6.000, 8.000 Bovis-Einheiten ist ein vitaler Mensch. Es geht aber um ein Vielfaches, Zigfaches höher, wenn du das eigene Energiesystem immer mehr stabilisieren kannst und regenerieren kannst, stärken kannst. Das ist wie trainieren. Das wird immer mehr trainiert. Aber es ist nicht so, dass ihr dann alle kollektiv so die gleiche Energy habt, sondern das ist nicht so eine Art, ihr bleibt trotzdem individuell. Das heißt, diese Energie unterstützt die Individualität eines jeden. Und gleichzeitig, es ist im Grunde die tiefste Lebensenergie, die wir alle gemeinsam haben, die angehoben wird. Genau. Genesis Pro Life. Genesis steht für Schöpfung zur Unterstützung, also die Urenergie der Schöpfung zur Unterstützung des Lebens. Und wir bleiben individuell. Also wir sind nicht alle auf Wolke 7 oder das Leben bleibt auch turbulent. Also es kann auch mit Amulett gute und nicht so gute Tage oder unschöne Erlebnisse in deinem Alltag geben, wie auch immer. Aber du bleibst dauerhaft auf einer tieferen, du fällst nicht mehr ganz ins Loch. Du bist stabilisiert. Also du kriegst einen Brief vom Finanzamt und ärgerst dich trotzdem, aber es haut dich nicht vom Hocker. Ja, also ich muss mal eine kritische Frage kurz stellen. Darf ich ja? Natürlich. Wenn wir deckeln, deckeln wir damit auch ein bisschen was? Oder arbeiten sich die tiefer liegenden Emotionen, die gefühlt werden wollen, dann hoch, die Traumata und so? Indem wir in diesem Schwingungsfeld sind. Dadurch können die sich lösen. Das Gegenteil von Deckeln ist der Fall. Es entsteht eine Dynamik, die Dinge an die Oberfläche bringt. Es kann anstrengend sein. Du wirst mit Dingen konfrontiert, wo du sagst, ui, harter Tobak. Betrachtest das Ganze und manche Dinge wollen nochmal Aufmerksamkeit haben und dann dürfen sie sich auch verabschieden. Aber du fällst eben nicht mehr in diese Depri-Täler. Es ist so, dass es dich niemals überfordern kann oder überfordert. Es kann anstrengend sein, aber dich niemals weghauen. Und alles, was du an Ballast abwirfst, alles, was du so verarbeitest, das ist wie Ballast abwerfen. Stell dir vor, du bist in einem Heißluftballon und wirfst immer mehr raus und es geht immer höher. Ich würde gerne noch eine Frage an dich, Jörg, stellen. Diese Bäume, die auf die Gitternetze, auf diese Punkte gepflanzt werden, würden die, wenn wir sie nicht künstlich pflanzen würden, von alleine auf diesen Punkten stehen können? Oder wäre das gar nicht ein natürlicher Platz für sie, so wie wir an einem falschen Schlafplatz nicht schlafen können? Weißt du, was ich meine? Oder ist der Baum dann die Kraft mit der Münze, dass dann diese Gitternetze in irgendeiner Form dann anders schwingen, wie auch immer? Aber inwieweit greift man dann, also die Gitternetze gibt es ja, die sind ja, das hat ja einen Grund. Erstmal sind Bäume Lebewesen, so wie wir Menschen auch. Wir laufen auch den ganzen Tag durch, die Bäume können das nicht, die brauchen den bestimmten Platz. Manche haben sich selber ausgepflanzt oder eingepflanzt, ja, oder haben sich den Platz dann ausgesucht und verbinden sich automatisch. Das, was jetzt im Paraguay geschieht, was Walter gesagt hat, das ist ein bewusstes Herangehen an die Sache, was die Bäume automatisch machen. Es gibt den einen oder anderen Baum, der steht schon auf dem Kreuzungspunkt. Das ist spannend. Er hat sich dann automatisch dann verbunden, ja. Weil sein Auftrag vielleicht auch Heilung ist? Also wie man es auch immer nennen mag. Ja, so wie die Bäume dann auch den Auftrag bekommen haben, Tiere machen das auch. Weil Tiere übernehmen viele Sachen auch von den Menschen. Freund. Man sagt ja Strahlensucher, wie Katzen. Katze ist ein Strahlensucher und Hund ist ein Strahlensucher. Spannend. Ja. Und das sind Dinge, das sind alle Lebewesen und alle Pflanzen gehören dann auch dazu, ja. Wir haben jetzt die Bäume angesprochen, aber es gehören auch andere Pflanzen dazu, natürlich. Na, unsere kleinen Pflanzen zum Beispiel, auch unsere Kinder. Das sind unsere Babys. Die wachsen ja auch noch und sind jetzt dran. Du hast gesagt, dass du da jetzt ein ganz tolles Projekt auch hast. Ja, also es ist so, es geht ja um Schlafen und für Kinder ist Schlaf natürlich immens wichtig. Regeneration und die Anforderungen in der Schule, also die Lernfähigkeit, die Gedächtnisleistung, die Aufnahmefähigkeit, die Abrufbarkeit von gelernten Informationen wird beeinflusst durch Strahlungen, die der Mensch eben entwickelt hat. Natürlich auch durch diese Erdstrahlungen, wenn sie, je nachdem, wo das Kind in der Schule sitzt oder zu Hause, wenn es Hausaufgaben sitzt. Und mit Genesis Pro Life ist es so, dass da das volle Potenzial für das Kind zur Verfügung steht, wenn es in dieser vitalisierenden Energie lernen kann. Und deshalb haben wir ein Projekt, wo der Riccardo Leppe, den kennen vielleicht viele von den Zuschauern auch, Wissen schafft Freiheit, also Wissen schafft Freiheit, wo Kinder besonders gefördert werden in, ich sag mal, eher privaten Projekten, wo sie eben gehirngerecht oder ihren Fähigkeiten entsprechend, ihren Talenten entsprechend gefördert werden. Und man hat festgestellt, dass sie viel besser lernen, viel schneller lernen. Und ja, ich bin mit dem Riccardo in Kontakt und ich habe entschieden, dass ich etliche, wenn nicht gar alle, diese Projekte mit Genesis Pro Life unterstützen möchte. Und wir hatten ausgetestet, also auch der Jörg, dass Kinder zum Beispiel bedingt durch die Strahlung um uns herum nur, also weniger als die Hälfte ihres Leistungsvermögens überhaupt abrufen können, verfügbar haben. Mit Genesis Pro Life geht es jedoch auf 100 Prozent. Bei Erwachsenen ebenso, da liegen wir ungefähr bei 70 Prozent, ist das neue 100. Seit die ganzen Handymasten und alles in unser Leben Einzug gehalten haben. Und von diesen 70 Prozent ist 100 Prozent erreichbar oder über sich hinaus wachsen auch über 100 Prozent. Und bei Tieren, also ich bin übrigens Hund in meinem Sternzeichen, im chinesischen Sternzeichen bin ich Hund. Ich bin 1958 geboren. Ich wollte meine heute bringen, das habe ich noch überlegt. Und also ich liebe Tiere, liebe Hunde auch sehr. Und bei Tieren ist es so, die haben einfach feinere Sinneswahrnehmungen als wir und sind dadurch auch noch mehr beeinträchtigt als wir. Also die erreichen nicht 70 Prozent ihres Potenzials. Also Hunde und Katzen, Pferde ebenso nicht. Und mit Genesis Pro Life können wir alle Lebewesen unterstützen, dass sie eben ihr volles Potenzial leben dürfen. Aber jetzt muss ich noch was sagen. Volles Potenzial heißt ja auch immer Wildheit, Lebendigkeit, Hinterfragen und kluge Fragen stellen. Und Kinder müssen wieder so werden. Dieses ganze Angepasste muss jetzt raus und sie dürfen jetzt endlich wieder individuell werden. Und wenn ihr das schafft, dann Hut ab. Dann muss ich sagen, dann ist das eigentlich überhaupt der Sinn und Zweck, warum wir dieses Interview heute gemacht haben. Denn dann ist die Zukunft klar mit unabhängigen, freien Menschenseelen, die freiwillig in einer Gemeinschaft miteinander über sich hinaus wachsen. Als Menschheitsgeschichte. Danke, 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 dass ihr da wart. Ihr habt mich wieder abgeholt. Dankeschön. Da gibt es nichts mehr zu sagen, oder? Das ist einfach wie so ein Blick in die Zukunft. Ich habe richtig Gänsehaut. Ja, die Gänsepälle. Also wir haben uns hier gerade auch so richtig schön. Danke. Manchmal muss man das so oft sagen, weil man es nicht oft genug sagen kann. Und wir danken euch, liebe Zuschauer. Dann nehmen wir doch jetzt noch was in den Tag oder in die Nacht. Erinnert ihr euch, wir haben göttlichen Rückenwind. Und jetzt dürfen wir wie ein Baum ins Unendliche hinaufwachsen. Alles, alles Liebe. Und wir freuen uns über eure Kommentare. Tschüss und bis bald. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020